so die schafe waren ja hier so die Molle haben wir ja auch noch hier weil wir haben ja ein paar Schafe weggemacht was sind wir jetzt noch genau wir räugen hier noch na komm renn doch mal Junge dass es hier ein bisschen schneller geht toll vielleicht muss noch was sein Schienenbox hier haben wir auch noch irgendwo Holz eingeschlossen glaube ich ja genau hier oben ein paar Setzlinge noch was ist das für ein Setzling hier Bürgensetzling kommt hier oben rein Reichen Setzling kommt hier rein ja dann hätten wir das schon mal hier vielleicht wartet mal ganz kurz wo ist das Eichenholz wo ist das Eichenholz hier ist alles Eichenholz ich hoffe das Eichenholz ist das Helle hier genau ganz genau jetzt hat mein Handy gerade gepfiffen was welchen Grund auch immer was welchen Grund auch immer was welchen Grund auch immer hier stellen wir mal drauf dann kommt mal mal okay ich muss erstmal mit dem ganzen klar kommen wo ich was einsortiert habe ja so das ist das ist das ist das ist das ist der Piste ist der Piste ist ja das ist noch ein bisschen störend Das jetzt schon mal, das machen wir hier mal weiter, ich muss mir das noch mal kurz angucken hier, mal kurz anschauen, ja, könnte funktionieren, es könnte so weit funktionieren, ich bin mir aber nie sicher Moment Das können wir lassen So, jetzt müssten wir hier hier Okay, da bin ich So, ich habe noch ein paar Schaufeln noch hier So, bis hier vor jetzt, ich gucke es nochmal, wo ich hier bin, hoch Müsste funktionieren jetzt gleich hier, da kann ich da überall hängen So, jetzt bin ich hier Ich könnte mir das lassen Ja, sag mal Ja, sag mal Diese Umstände Okay So, da haben wir auch hier eine richtige Fläche dann Hier soll nämlich jetzt ein großes Gebäude hinkommen So, da muss ich erstmal alles hier wegbuddeln, sonst wird alles ja nüscht hier So, da kann ich nochmal So, da muss ich nochmal die Schaufel nehmen hier So, da muss ich nochmal die Schaufel nehmen hier So, da muss ich nochmal das ein Und dann wird das hier, glaube ich, schon funktionieren, denke ich mal Hmm Und keine Schaufel da, ich werde bekloppt. Ich weiß selber nie, was das hier am Ende sein soll. Naja, schauen wir mal. Und die Folge ist auch gleich wieder vorbei hier. Hier sind schon schön die Möhren gewachsen. Und da sind schon schön die Möhren gewachsen. Und da sind schon schön die Möhren gewachsen.